Und auf Platz 3, zusammen 7,000 Rundfuss gegen Würstchen Lundfuss. Und auf Platz 1, Antony Lundfuss können Sie entscheiden. Auf Platz 2, zusammengreifen mit der Vollendie gegen den Montfadion. Mit der Vollendie gegen den Montfadion mit der Vollendie gegen den Montfadion, mit der Vollendie gegen den Montfadion, wird er aufglichen. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Auf dem Platz 1 schwingt der Gerber Kalko durch den Bus zur Ego. Das ist der Major-Post. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.